Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Portal 2. Wir sind hier gerade beim Vater-Tochter-Tag, beziehungsweise den Überbleibseln davon, und versuchen jetzt ihre Neurotoxin-Anlage, also Gladys Neurotoxin-Anlage auszuschalten. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Die Türme haben wir schon ausgeschaltet. Jetzt fehlt noch das Neurotoxin. Das muss auch ausgeschaltet werden. Mal sehen, wie das so vonstatten geht. Nein, Sorge. Ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Okay. Gut auch nicht. Oh. Da scheinen wir nicht. Okay, hier dann. Okay. Ach, hier kommt der Ladebildschirm. Den hätte ich ja in der letzten Folge noch mitnehmen können. Ich war mir so unsicher, wann der nächste behagliche, besinnliche Ladebildschirm kommen würde. Deshalb habe ich da schon mal die Folge beendet. Aber Portal lässt einen nie im Stich, wenn man auf der Suche nach schönen Ladebildschirmen ist. So. Tür auf. Weiter geht's. Weedley? Weedley? Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig. Ja, ja, ja. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ach so, kann ich hier durch diese Tür gehen? Ah ja, wunderbar. Das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen. Immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Aber die waren blöd, obwohl die waren eigentlich ganz süß, die Türme, ne? Die sind ja irgendwie, also ich mag die. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Händen komme ich hier auch nicht weiter. Ah, super. Der Mechanismus ist, oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Nein, wir lasern die Tür auf. Nein. Was? Rätselhafte Taste. Bewusstes Schweigen. Wir sind von Stille umgeben. Da sinkt sie herab. Undurchdringliches Schweigen. Ab jetzt. Wenn dir übrigens doch noch was einfällt, dann sag ruhig was. Fühl dich nicht zu schweigen verpflichtet, nur weil ich besinnliche Stille gesagt habe. Also, wenn dir was einfällt, dann sag es. Aber ansonsten absolute Stille. Und zwar, ab jetzt. Schweigen. Okay. Drück mal den Knopf, ja? Nein, nicht. Wer weiß, was die Taste macht. Die Tür ist auf. Gut gemacht. Wer weiß, was die Taste macht. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings Passwort geschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Hol dich doch aus, während ich daran arbeite. Okay. Okay. Legen wir los. Na dann. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die, wie soll ich anfangen, Phase. Ja, das kenne ich. Also fangen wir an. Wenn ich mal hacke. Lass die Spiele beginnen. Okay, ist abgehakt. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Wahrscheinlich, ja? Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Zum Beispiel Passwort akzeptiert. Ja. Und da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches? Antwort, ja. Da dreht sich was. Hm, komisch. Eine Bodenplatte. Wozu die wohl gut ist? Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Stifte. Die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Wenn wir alles aufschreiben, was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt. Stifte etwa. Wir bleiben besser bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um Sachen, die nicht da sind. Das ist mal ein guter Plan. Das ist das. Ich bereite mich also vor, eine Verbindung zur zentralen Nervengift-Kontrolleinheit herzustellen. Okay. Hey, mein Freund. Ich bin der Nervengift-Inspektor. Yeah. Ich muss den Laden hier mal kurz dicht machen. Hier ist mein Ausweis. Schalt dich mal eben ab. Ich darf dir das befehlen, denn ich bin vom internationalen Nervengift-Überwachungsgremium der Vereinigten Arabischen Emiraten. Hallo. Hm, passiert nichts. Die sind echt auf Zack hier. Na, dann muss ich wohl die Hacker-Tricks der absoluten Profenklasse abrufen. Die haben es ja nicht anders gemeint. Krä, krä, sieh nur ein Vogel, wunderschönes Geschöpf. Ach, Gottes Gefieder, majestätisch. Gleich fliegt er wieder weg. Schau schnell hin, so eine Chance gibt es nicht nur einmal im Leben. So ein schönes Tier, einfach einmalig. Ich lass das mal ein bisschen laufen, ne? Es wäre eine Schande, den Anblick zu verpassen, nur wegen dem ollen Nervengift. Das ist morgen auch noch da, aber der Vogel, der ist gleich verschwunden. Schau, mit einer Kralle hat er sich schon von seinem Ast erhoben. Er schlägt schon mit den Flügeln. Ich sag dir was, ich übernehme kurz deinen Posten, damit du dir in Ruhe den Vogel anschauen kannst. Ich kümmere mich so lange um den ganzen Nervengift-Kram und du kommst hier her und schaust dir dieses Pracht-Exemplar von einem Vogel an. Aber schnell jetzt im Ernst, mein ganzes Geplapper hier verscheucht ihn schon. Ah, nix. Das klappt irgendwie nicht. Der Typ interessiert sich nicht für Vögel. Naja, scheinbar nicht. Noch eine Idee, Wheatley? Sonst, äh, okay, dann müssen wir es wohl wieder mal richten. Wie auch immer. Da kann ich nix reinschießen. In case of implosion, look directly at implosion. Also wenn es implodiert, am besten direkt reingucken. Hier ist auch nichts. Durch die Tür kann ich auch nicht durch. Okay. Hier ist auch nix. Ich könnte jetzt hier... Ich könnte nicht mal hier rüber springen, okay? Kann ich hier irgendwas tun? Oh, ich hab einen Stuhl. Kann ich mir vielleicht die Scheibe einschlagen? Nee. Ähm. Ah, okay, wir... Ah, Moment. Ich brauchte nur eine Portalfläche. Ich brauchte nur eine Portal... Da hinten fahren Portalflächen. Kriegst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Aha. Das letzte Ding da. Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Yeah. Warte. Ja, was denn? Warnung. Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich-untödlichen Bereich. Oh. Oh oh. Oh oh. Das Flue ist kaputt. Wir können direkt zu hier durch. Ich kann nicht mehr. Komm schon. Ja, die... Ah. Konfetti. Ladebildschirm und Konfetti. Wie Weihnachten. Da gibt's bei uns auch immer Konfetti. Wir kleben immer jedes einzelne Konfettikorn einzeln an den Tannenbaum. Seit ich ein Kind bin, basteln wir noch am ersten Tannenbaum um. So. Wheatley, was geht? Kleine Rutschpartie. Yes. Haha. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Juhu. Ja, das ist, äh, mal eine überdimensionierte Wasserrutsche ohne Wasser. Was? Haha. So. Äh. Das ist die falsche Richtung. Geh zu ihr. Ich komm nach. Ja, klar, super. Soll ich mich jetzt ihr alleine gegenüberstellen, nach diesem wunderbar besinnlich schönen Ladebildschirm? Obwohl, sie hat kein Nervengift, sie hat keine Türme. Dann dürfte das ja, das ja total einfach sein. Hallo. Gladys? Bist du hier? Guten Tag. Oh, wow. Aperture Laboratories. Ein riesiger Tank voll irgendwas. Eine Tür, die nicht aufgeht. Kann ich denn hier irgendwo hin? Da oben? Falle ich dann... Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Nein. Nein. Tatsächlich machte nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Ah. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Nein. Hilfe. Sorry für die Ruckler übrigens. Hilfe. Hilfe. Ich bleib hier oben stehen. Nicht. Das war wirklich reizend. Eine Toilette. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Hallo Gladys. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Ha ha. Ha ha. Aber im Ernst. Mach's gut. Ha ha. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Sag nicht nur wieder. Brauche was auf dem. Brauche wir den Tag. Amen. Ja. Oh. Du warst beschäftigt. Ja. Tja. Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander ansterben, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Ja, was denn? Dein alter Bekannter tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Ach, weißt du. Wheatley. Hallo. Hi. Ich hasse dich so sehr. Warnung. Zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Oh. Kerntransfer? Ja. Du machst wohl Witze. Nö. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawohl. Beschädigt der Kern. Bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh, ja. Nein, 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 nein. PUT entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Woll mich raus. Außer ein PUT-Mitarbeiter ist fort, um die PUT-Auflösungstaste zu drücken. Woll mich raus. Woll mich raus. Lass mich drin. Lass mich drin. Drück einfach drauf. Du hast die PUT-Auflösungstaste. Ja, los. Au. Denk darüber nach. Nein. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas. Nichts. Nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kannst du nicht richtig. Das heißt, Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hören die übrigens auf damit. Wickelt es denn nochmal wieder so? So. Ja. Das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Okay. Hart gelöst. Na, Gledes? Egal. Musst du durch jetzt. Das wird es. Sagst du das jetzt nur so, oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wie schmerzhaft genau so. Hände weg von mir. Nein. Stopp. Nein. 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 Okay. Nein. Weedley. Yeah. Ja, doch. Schon. Ja. Zubi. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Man hat ein Stück runtergefahren. Moment. Da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen? So riesig wie ich bin. Tja. Ich hasse. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial. Okay. Perf. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man. Ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Chemie. Du benutzt dieses Translation-Software incorrectly. Bitte consult das User-Manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal. Ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid. Der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körl ist einfach so eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Äh, Wheatley? Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von dir aus... Wheatley? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach, ich? Das glaubt ihr zwei also. Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein. 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 Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Ah. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Okay. Ich will dich. Entschuldige. Was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinen Ehren festgesetzt und einen endlos schaden dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Ach, du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Oha. Ich bin kein Schwachkopf. Oh oh. Du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Probe drehen? Äh, Weakley? Könnte ein Schwachkopf das? Äh, okay. Macht korrumpiert. Alter Schalter. Da hat der mal ein bisschen... Oh. Aperture Science Innovate Horse. What the fuck. Da hat der mal ein bisschen Macht, der Weakley, ne? Und dreht sofort am Rad. Macht ist nicht für Menschen oder auch für Roboter. Das ist nicht gedacht. Teil 6 der Sturz. Ja, ich sehe es. Hallo Gladys. Ja, super. Bei dir? Ich bin eine Kartoffel. Gut, mein Scheinapplausprozessor hat überlebt. Den haben wir also. Yeah, super. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter. Mit entsetzlicher Geschwindigkeit. Aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Okay. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation. mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Oh. Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Scheiße. Gut, geht noch. Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Mensch, was wird ihr machen jetzt hier? Nee. Kann ich nicht. Ah! Schock. Okay. Aperture Science Innovators. Warum hat sich denn der Ladebildschirm jetzt verändert? Ich weiß es nicht mehr. Ich hab das mal durchgespielt, ja. Aber es ist schon ein paar Jährchen her. Es war, glaub ich, direkt nach Release. Und ich kann mich grad nicht mehr daran erinnern, warum das jetzt hier anders aussieht. Dass glättest ne Kartoffel wird, das weiß ich noch. Oh, der Vogel. Oh, der Vogel. Sweetie da oben. Okay. Wo, wo bin ich? Wo bin ich? Und was tue ich hier? Und warum rollt der Nachbar murmeln über den Boden? Fragen über Fragen. Kommen wir irgendwo hin? Das ist schlecht, wenn einem niemand sagt, was man tun soll. Das ist für jemanden wie mich nie gut. Das ist ein muckeliges Lagerfeuer. Ist ja auch hübsch. Normalerweise gibt's hier doch immer irgendwelche Zeichen an den Wänden. Irgendwelche Pfeile. Aber diesmal so gar nicht. Hier sind wir aufgewacht. Ich will so Portale hinschießen irgendwo. Da ist irgendwer, aber das ist kein Pfeil. Das ist, was ist das? Keine Ahnung, was das darstellen soll. Was das darstellen soll, weh es nicht. Ich würde fast sagen, es geht hier lang. Ah, da kann ich Portale machen. Ah, Portale. Portalski. So. Hat mir verdammt viel gebracht. Weil ich jetzt hier auf jeden Fall weiterkomme. Ist da irgendwo eine Portalwand? Nein. Da ist aber eine Portalwand. What the fuck, ey. Wo sind wir hier nur gelandet? Da ist eine Portalwand. Aber hier ist nirgends noch eine Portalwand. Doch, da oben. Nee. Da. Nee. Sieht alles so aus wie Portalflächen, sind aber alles keine. Ist ja voll die Verarsche. Da hinten? Da? Nee. Ist alles keine Portalwand. Doch, da oben. Da ist eine. Ja. Und ich würde sagen, wie wir hier jetzt in diesem, äh, sehr heruntergekommenen Lagerfeuerkomplex weiterkommen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und entschuldigt die Ruckler. Ich werde jetzt mal eine Aufnahmepause machen und der Sache mal auf den Grund gehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und nochmal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.